Hallo und Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master-Duel mit Link-Erzeugung gegen den Kreaturen des Albtraums. Ich musste Katzen streichen. Ach, deswegen warst du 50 Minuten weg? Nein, so lange war ich nicht weg. Ich hab mal einen halben Champs-Pop-Film angeguckt in der Zeit. Meine Monitore sind nicht schwarz geworden. Das heißt also, ich war nicht lange weg. Die werden relativ schnell schwarz jetzt in Linux. Ist das irgendwie... Ich glaube, meine werden gar nicht dunkel. Keine Ahnung, was ich da eingestellt hab. Naja, keine Ahnung. Ich habe nur das ausgestellt, dass es sich automatisch irgendwie in eine Art Stand-By versetzt, weil dann lädt dann immer hoch. Aber ansonsten würde ich eigentlich nichts ändern, was das angeht. Ich meine, ich wäre jetzt gut, wenn er sich verdunkeln würde, ohne dass er die Monitore von der Connection her trennt. Weil der Fernseher, der leuchtet dann halt blau. Statt schwarz. Das ist irgendwie dann nicht wirklich Bildschirmshort. Das ist irgendwie dann nicht wirklich Bildschirmshort. Ich- Oh, eins. Ich habe jede Art von Kobold auf dem Friedhof, alles, da lohnt sich ein Besuch hier direkt. Den Friedhof besuchen, klar natürlich. War schon lang nicht mehr, also ich meine, ich war erst vor kurzem auf einem Friedhof, aber ich habe niemanden dort besucht. Oh mein Gott, Alter. Ich könnte sogar, wenn ich das, aber leider geht das so nicht. Hm. Okay. Ach du Scheiße. Da steht explizit Tribut. Du Mistviech. Ja, wieso? Wieso? Was ist dein Problem damit? Ich habe extra den Sensen Kobold mit dem Spielzeugspender abgeworfen, damit er mich vor die Führung stellt. Ach so. Ja, das ist ja das Schöne an Schmerzenteilen. Ja. Ich sehe es. Ja, gegen Tribut kann man nicht viel machen. Gibt da so ein paar wenige Ausnahmen. Alles klar, jetzt beschwörst du nochmal den gleichen Deppen. Ja. Ja, genau. Okay, der. Eins. Zwei. Ach so, weil du die Backwalker wohnst. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe für Sie noch eine davon. Ja, genau. Ich habe für Sie noch eine davon. Okay. Ich meine, keine Ahnung. An sich ist das Schreckenspels Deck schon eine Maschine, was das angeht. Ja, aber ich habe nicht genug ATK. Ich meine, keine Ahnung, ob du noch wen stärker hätte beschwören können, statt den da. Aber du wolltest halt lieber die Wirkung bekommen. Ja, das ist doch auch sinnvoll gewesen, oder nicht? Ich meine, okay, in dem Fall nicht, aber das konnte ich ja nicht ahnen, dass da nur Bullshit ist. Du hast doch auch das Deck mit der Gedeekanone, oder nicht? Der Schreck-Kobald ist gekuschelt hier. Kacke, ich darf Fusion nur einmal pro Spiel zu benutzen. Blöd, ich könnte sie abwerfen für noch ein Kuscheltier. Naja, also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber ich bin ja gebufft worden. Wieviel bleibt übrig? Nice. Hat gereicht. Ja, exakt. Ja, ich habe gehofft, dass der Tiger-Buff reicht, wenn ich die Krake spiele. Und hat er auch. Und ich dachte, ich hätte eine Chance mit Schmerzen teilen, weil du noch zwei Karten auf da hattest, aber naja. Tja, tut mir leid, man. Habe aber auch gut gezogen. Ohne Kuscheltier hätte ich die Krake ja gar nicht mehr holen können. Nein, sonst. Selten verwendete Falle. selten verwendete karte ich muss unbedingt der da los werden nein nein kacke ich brauche kuscheltier im friedhof damit ich flügel aktivieren kann ich werde dich wohl oder übel angreifen lassen müssen nicht so gut gelaufen bei mir wenn ich gewusst hätte dass nur der kommt hätte ich monstere aber wer weiß vielleicht hättest du was anderes gemacht ach so willst du mir sagen du hast mehr als 1500 in deinen normalen monstern drin ja das habe ich gebraucht alles klar du wirst mich hassen aber ich hab das gezogen ich darf auch nie liegen bleiben die blöde spulkode so hier du wolltest mein monster sehen das ist eine fehl okay ich habe drei karten gezogen ich bin mehr als unzufrieden habe ich jetzt also es ist gar nicht mal so schlimm eigentlich weil es ist nützlich kommt das so selten vor link sammeln wenn habe ich denn das auswahl welche drin phoenix und schmierfinger aus der unterwelt okay ich glaube werde ich nie benutzen nicht keins davon gut ist bestimmt toll aber zu meta ja genau so tut mir gefallen und killen kuscheltier damit ich flügel im friedhof aktivieren kann so ich mache den größten digitale die du je gesehen hast zumindest einmalig in deinem leben bitte nicht den pinguin auch wichtig ist nein das macht keinen großen unterschied oder pinguin hat einen tollen fusionseffekt auch gott sei da ich habe so ein glück und das bedeutet das pech gott sei dank du hast doch ich schon gute karten ja wo sind die jetzt habe ich gute karten ich hatte hast du schon gute karten jetzt werde ich dich mit dem digitale hier umbringen nun diese runde kriege ich den nicht so leicht weg ja das war auch meine hoffnung ich habe mehr atk wenn ich den wahl hole tut mir leid okay das war vielleicht gar nicht so klug jetzt kann ich keine friedhofspolisierung machen aber naja ich würde gerne eine weitere karte ziehen ja aber das habe ich viel auswahl außerdem kann ich mir jetzt eine katze holen das heißt ich kriege poli zurück ja das entwickelt sich positiv das entwickelt sich wirklich positiv polymerisation oh mein gott ich könnte einfach tiger benutzen du bist ja nicht immun oder du kriegst aber nur ja okay tiger holt sich dein leben okay was macht der tiger hast du das erste duell schon gesehen also deine background zerstörter ja okay ich verstehe warte nicht warum er dann gut ist wird er groß jetzt immer da naja kann alles zerstören oder bin nicht blöd ich meine ich hab's jetzt nicht noch mal durchgelesen 1 wie funktioniert sein bewusst schreckenspilz monster 300 für jedes kuscheltier und schreckenspilz monster deswegen okay geil dann brauche ich nur eine krake sonst gar nichts mehr wir machen wir das zu ernst ich habe noch eine poli auf der hand aber wozu wir rechnen wir mal aus 7500 und die kraken kann doppelter angreifen ich habe noch ein pinguin auf der hand und eine poli ach scheiß auf den optionalen die krake angriff nummer eins ok auf ins zweite hast du schön wenn man mal schnelle ist vermisst ist das nicht das dritte jetzt kommt das dritte ja ja du hast gesagt auf ins zweite das hat mich zu büfer wird mich jetzt auch okay ich fange an vielleicht hast du vorteil wenn du zweiter bist wer weiß ach du scheiß ach du scheiß Ah ja, da gehört die hin, auf deiner Hand hat die nix verloren. Ja, okay, du darfst. Warum hab ich die jetzt schon, haben sie jetzt schon wieder den? Habe ich eine Bedingung, dass ich das machen könnte? Nein. Nein, 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 weil der Ex-Basit immer nur die nehmen kann. Ah, ein ganzes Geruch. Und der hat ja genau die Weile kosten. Macht alles keinen Sinn. Und da bräuchte er auch zwei, der auch schlimm war. Oh mein Gott, Alter. Weißt du, ich hab ne Möglichkeit, zwei Monster in einem Zug zu beschweren, aber, like, nicht so simpel, wie ich's vielleicht gerne hätte. Hm. Das ist schon ein bisschen bescheuert. Naja, setz wir dich mal. Ich komme nicht mal mit deinem Hund drüber. Ja, was ist denn das? Haha, okay. Am Ernst. Im Ende ist es gleich zu Ende, möchten sie. Was passiert denn jetzt? Wo sinnierst du jetzt noch? Ich mein, ich könnte. Soll ich? Na ganz im Ernst. Naja, du willst ja jetzt wahrscheinlich einfach jetzt schon meine Karten kaputt machen, oder so. Äh, nein. Komm, ich geh mal auf nen Risky, ich mach nen Risky-Move. Ich bin heut drauf, gängerisch. Er war so schön shiny, hat mich angesprochen. Möchten sie in der Mainphase fortfahren? Ja, will ich. Hast du jetzt noch was zu tun? Du bist doch nicht fassbar, ey. Das ist doch nicht fassbar. Ah, okay, das wird den Effekt aber nicht gehen. Okay, sure, hätte ich wahrscheinlich nicht beschwören können. Aber ich muss dazu dann nochmal ein, ja hier, der bringt ja nichts. Hat dir jetzt nicht so sehr wehgetan was? Okay. Naja. Na, ich mein, hast du kein Monster mehr. Und ich hab gerade nen Out gezogen. Wie nen Out? Komm jetzt nochmal, kommt jetzt ne Flederwisch wieder. Inwiefern wäre das ein Out? Ja, keine Ahnung, da sind meine Karten weg. Ja, okay, von mir ist egal. Aber Out? Okay, von was kommt? Was, Alter, wird ja gerade gesetzt. Ich weiß nicht, ob das an sich ein Out... Nein, ich hab das da gezogen. Der ist natürlich etwas. Drei Stück, okay. Ich bin auch nochmal sicher gegangen. Auch wenn das nicht viel bedeutet. Okay. Okay. Ja. Ja. Oh, okay, war nicht schlecht. Äh, ne. Proton. Was willst du denn mit dem? Dann, äh, Link-Beschwörung. Link-Schwäsche. Okay, lass mich kurz was machen. Was denn? Das ist doch eine eigene verdeckte Karte, Mensch. Du kennst das, Jascha. Den wollte ich gerade beschwören. Nice. Ich habe endlich... Dieses Mal hat es geklappt. Ja, jetzt wirf noch einer ab. 10.000 ADK. Nein! Nein! Das ist doch unfassbar! Du wirst es... Ich hasse es. Okay, ich habe jetzt kein Out mehr. Ich muss unbedingt ein Kuscheltier ziehen. Oh mein Gott! Oh, okay, das... Was kriege ich das jetzt? Ich mache meine Pläne kaputt. Ich könnte jetzt meine Karte spielen und einfach nur normal anreifen. Größere Karte spielen. Das nächste Nummer für Friedhoff. Ich könnte sie aber auch abwerfen und dann nochmal zwei Karten ziehen. Oh, und ich kriege einen Surge. Ja, das ist sinnvoller. Werfen wir den Delfin an. Okay, die ist leider auch weg. Schade drum. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Gut gemacht, Silvan. Gut gemacht. Das war schlau. Ich habe einen Flügel und der rettet ihn jetzt in den Zahn. Dafür war der Delfin notwendig. Ich möchte noch eine Karte ziehen. Oh ja, und jetzt habe ich meinen Surge. Wir sind leider nur Monster. Absolut, Absolut. Nehmen wir noch gut. Der hat nämlich auch ein Surge. Aber auch nur Monster. Aber so habe ich jetzt einen Kobold. Und mehr kann ich nicht tun. Also, ich meine, ich stehe fast genauso da, wie am Anfang des Zugs. Nur, dass ich einen Hund statt einen Delfin gespielt habe. Meine Zauberkarte weg ist, aber dafür habe ich drei Karten in der Hand statt null. Also, ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Ein Friedhof ist aber wieder komplett leer. Also, so viel zu Friedhoffsfusion. Ja, da geht das Zeug alles in Banish Bay. Ja, das dritte Duell war jetzt ziemlich langsam. Aber was sonst passiert. Ich sage wahr, als wäre es vorbei. Aber ich weiß ja nicht. Vielleicht wärst du dich ja noch. Ich meine, es war auf jeden Fall sehr actionreich. Ich habe literally alles rausgehauen. Und du auch. Ich hoffe, du kannst dich nicht wehren. Dann wäre das jetzt vorbei. Was kommt da jetzt? Da schaue ich einmal kurz weg. Jetzt stehen da drei auf einmal. Ja. Das hätte ich aber eigentlich lieber auf einem High-Value-Target gehauen. Aber naja. Okay, was soll's? Du bist dran. Zieh nichts Gutes, bitte. Nein, du Gutes. Äh. Äh. Leider reicht der glaube ich nicht. Na super. Was? Kommt der jetzt her. Was? Wo ist dein Problem? Ja, wie soll ich dich denn so besiegen? Jetzt zöge ich es nicht raus. Ja, greif zweimal an. Greif zweimal an. Ja. Okay, du hast recht. Ich kann nur einen Angriff negaten und der Frosch ist dann immer noch da. Dann negate mal den Bär. Ja. Ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und weiter geht's beim nächsten Mal. Tschüss.